Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA Ultimate Team und ihr seht es, nein ihr seht es nicht, aber ihr könnt es hören, Marvin ist mit dabei Und Triki kommt auch gleich noch und ihr seht es hier drüben, es ist da, das neue Team of the Season League Oh nein, hier ist es noch nicht drin, lol, gerade war aber schon der Banner zu sehen, der Banner war schon zu sehen, ich hab ihn gesehen, ihr werdet ihn auch gleich nochmal sehen Gerade war er zu sehen, hier, Team of the Season, das französische Team der Saison, jetzt bei Ultimate Team, Ibrahimovic, Diago Silva, Valbuena, super Leute dort Mal gucken, ob es jetzt hier auch schon ist, weil erst dann ist es, glaube ich, in den Packs erhältlich, ich warte mal noch, nicht, dass ich hier jetzt schon Packs ziehe und dann ist es noch gar nicht drin Und wir wollen natürlich gemeinsam, also ich, Marvin und Triki möchten hier ein kleines Pack Opening für euch veranstalten Jawohl, sorry Genau, wo wir versuchen hier Team of the Season von der League 1 zu ziehen Natürlich wäre so ein Ibrahimovic, so ein Thiago Silva oder Valbuena oder Menes super, aber wir würden uns auch mit irgendeinem anderen Team of the Season zufrieden geben Und da ist auch schon der Strike, Fabi, Fabi, Fabi 3-0 zurückgelegen, schon steht es 3-3 GG, und sie sind da, sie sind da, okay, ich öffne jetzt meine ersten Packs Sie sind da, sie sind da, sie sind da, und ich hoffe, ich ziehe jetzt mal was Schönes hier Wieder so viel Glück wie letztens bei dem Bundesliga-Team of the Season wäre Nice Basagli, keiner vom Team of the Season Aber trotzdem ein 84er Infight-Heidegger von Juventus, deswegen tun wir ihn mal hier auf den Tauschstapel So Basagli habe ich gerade auch, spiele ich gerade mit, war gerade am Ball Verträge kommen alle in meinen Tauschstapel Eigentlich brauche ich sie nicht, ne, die lasse ich Ich brauche sie nicht Ich habe vor uns erst meine Verträge wieder aufgebraucht Alle, die 98, hatten trotzdem nochmal einen Vertrag draufgesemmelt Ja, Pierre Auch niemand, der jetzt irgendwie bekannt ist Uh, ein, uh, ja, ein neuer Vereinsarzt war das, glaube ich Nice Ganz ruhig Die Natale alleine vom Tor Scharabi, jetzt die Ecke, pass auf Nochmal am 16er zu Balotelli Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat Marvin hat jetzt endlich einen neuen PC und kann jetzt mitspielen Und hat sich natürlich auch FIFA gekauft Und spielt jetzt schon mit seiner eigenen Team of the Season Mannschaft ordentlich mit Team of the Season Mannschaft, what the fuck Mit seiner eigenen Ultimate 0-3 zurückgelegenen, 3-3 rausgeholt Team Mannschaft Mein Abstieg ist immer weg Iguain habe ich gerade gezogen, auch nicht viel wert, leider Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Hier muss da was dabei sein, hier muss da was dabei sein Diego Alves, schade Ein netter Spieler Vielleicht ist er was wert Ich würde sagen, nach 0-3 Rückstand noch ein 3-3 zu machen Ganz gut, Abstieg gesichert Ja Ein Sieg und ein Unentschieden Feier dich mal nicht zu stark hier, okay, okay, okay So, De Jong habe ich auch mitgezogen, aber ist ja auch nichts wert heutzutage Ja, also mir geht's wirklich nur um ein Team of the Season Typsy hier So, dann ziehe ich jetzt auch mal hier Gold Sets Wenn ich hier mal so ein Cristiano Ronaldo ziehe Ach, was wollen wir denn damit? Der wird abgeschoben Ich will ein Team of the Season Typsy Nichts dabei, in dem ganzen Pack 7500 und man kriegt 1200 Dann bringen wir ein Gold Sets Da ist das Erste Richardson Oh mein Gott Capoe Capoe, Capoe, Capoe Die ganzen Bälle habe ich natürlich schon Wenn ich dann einen neuen dazu bekommen würde Aber Oh, 451 Karte Nice Nice, 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 nice Muss ich sie nicht kaufen Zurzeit sind die ganzen Formationskarten ziemlich teuer Also wenn ihr hier auch so ein Pack Opening macht So im privaten Kämmerlein Und ihr findet viele Thiago Ihr findet viele Formationskarten Dann tut sie am besten nicht wegwerfen Beziehungsweise abstoßen Sondern versucht einfach mal euer Glück auf dem Tauschstapel Meistens gehen sie für sehr gutes Geld weg Also ich habe jetzt in der letzten Zeit viele Vierer Formationskarten Also mit fairer Verteidigung Die so für 2.000 bis 4.000 Euro Euro 3.4.2.1 Was hast du gesagt? 3.4.2.1 ging auch gut weg, ne? Ja, 3.4.2.1 ging Okay weg Ich sage mal so bis 1.000 Aber Ja, ist doch auch schon leid Wenn man sie hier abstoßt Schon wieder eine 4.5.1 Karte Wenn man sie abstößt Bekommen wir 34 Münzen Das sind schon so 1.000 dann schon ein ordentlicher Mehrwert Ich kriege hier Namen Die ich noch nie gehört habe, ne? Als erster Spieler Wird mir ein Silberspieler Oh, nein Ohne Spaß war Ich weiß, wie ich gezogen habe Wen? Ich habe Marika gezogen Marika Wuuu Früher aller Schalker Ich bin aus Lieblingsverein Ne, 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 ne Und wenn dich so ein Scheiß Ba, 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 ba Schönes Stadion hier Boardox Trico ist hier Franzosen Trico Einfach durch, einfach durch Was ist fantastisch für ein Name, ey Ox, ach so Oxley Chamberlain Chamberlain Ramirez Ramirez Tja Ist aber kein League 1 Spieler Tut mir ja leid für dich, ist wirklich Aber Chelsea gehört leider nicht zur League 1 Ich komme jeden Moment wieder, aber es funktioniert immer noch nicht, Moment. Janik Diallo, Diallo. Ich habe den Raffinia gezogen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich jetzt hier von meinen verbleibenden Münzen ausgeben soll. Ich habe mir ja ein kleines Team of the Season Mannschaftchen zusammengestellt. Moisander, keine Ahnung, wieder ein Silberspieler als erstes, ey. Ich finde es eigentlich ganz okay. Mir fehlen auch so ein paar Spieler, weswegen ich auch hier das Pack-Opening mache, in der Hoffnung, dass ich dann ein Team of the Season ziehe. Juan Fran ist nix wert. Die nehmen wir mit in den Verbrauchsobjekt, stapeln und dann weg mit der Scheiße und her mit dem neuen Pack. Higuain, komm, du kannst mal ein bisschen Glück bringen hier. Ah ne, Benzema war es. Walcott! Ja, aber auch nicht wert. Ich habe jetzt auch einen Benzema, gucken wir, ob mein Benzema besser ist. Walcott ist ein netter Spieler. Walcott, könnte man vielleicht so 1000, 1500 rausschlagen, aber mehr ist er leider nicht wert. Obwohl er eine richtige Pace-Hure ist und da wollen wir wirklich, wenn der vorne drin steht, also wenn du den mal kurz aus den Augen lässt, dann ist der durch und dann hat er den Torwart ganz schön zu knabbern. Hat Björn gute Erfahrungen mit, weil er es immer mit Seiben gemacht hat? Ja, leider. So, ich bin schon unter meiner 700.000-Grenze. Harnik. Ist doch nicht der von VfB. Stuttgart, doch, der Harnik. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich... Hatte ich den schon mal? Ich habe den Ojo gezogen. Wer ist denn der Ojo? Den hatte ich auch schon mal. So ein komischer. Nicht weiter erwähnenswert, einfach. Da mit. FC Bayern München, Zeichen. Uuuuh, bistroff, bistroffner, bistroffner. War ja klar, dass der aus Russland stammt. 90 Pace, nicht schlecht, aber wird trotzdem mir nicht viel einbringen. Wir werden überhaupt für das Geld hier, den ich hier als Startpreis vorschlage, weggehen wird. So eine Moralkarte nehme ich mir auch mal mit, die habe ich vorhin gerade ausgegeben. Und ein bis zwei sollte man ja immer mal... Und ein Gratis-Goldpack, yeah! ...da sein. Ich habe ein Gratis-Goldpack. Uuuuuh. So, immer noch nix. Immer noch nix. Äh, Brecht, ja, von Gottbus. Also ich glaube, dass Gratis-Goldset lösen wir dann hier auch direkt mal ein. Gute Idee. Gute Idee! Da ist drin, Elm. Bis jetzt ist noch nichts hier wirklich gekommen. Was ich jetzt sage, okay, der schwede Herr Elm und sonst echt nichts Gebrauchbares drin. Der könnte es sein, Zarate von... Aber egal, 1450 Münzen durch das Gratis-Goal-Set. Jetzt bringt uns der Großkreuz. Oh, der kann ja kein Glück bringen. Es dauert, es dauert, es dauert, es dauert. Die Johnson. Sag mal so, wenn ich ein Team auf die Season ziehe, bin ich schon zufrieden eigentlich. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Ja, Marvin kann ich aufnehmen. Der hat noch nicht das nötige Equipment, aber er ist hier live dabei und wird sich hoffentlich auch freuen, wenn ich hier was ziehe und er nicht. Spauly. Ich hoffe, dass du dich auch freust, weil mein Joe Hart hier, der bringt mir jetzt richtig dicke Batzen hier. Ja, klar. Ruf 4. Boah, der ist richtig was wert, ey. Hast du jetzt wirklich ein bisschen A und tut mir leid. Ey, das war ein Franzosen-Pack. Rudy. Ruf 4 und Bomsen. Zwei Franzosen, ey. Franzosen-Pack und kein Team auf die Season drin. Ärgerlich. Das ist ein netter, netter Silberspieler. Ich hatte vor uns einen Silberspieler von HSV. Diekmeier war es. Dem habe ich wirklich für 40.000 verkauft. Ich weiß nicht wie, aber es ist gegangen. Jetzt ist mein Joe Hart da. Komm, Joe Hart. Das war ein Silberspieler. Zabaleta. Zabani. Seltener Goldspieler. Zabaleta. Zabaleta. Der ist auch nichts wert, leider. Hat zwar schön 86er Gesamtstärke. Gündogan. Ja, 1, 2, 1, 2, Manager. Denkst du, hier geht auch für was weg? 1, 2, 1, 2. Als Manager. Weiß ich nicht. Also zumindest nicht viel. So. Bis jetzt noch nicht irgendwas gekommen, wo man sagen kann, wow, krasse Kacke. Ne. Seltener Goldspieler hätten Fall Sao. Uh, 5.000 habe ich in dem, ey lol, es gibt 5.000er Karten. 89er gezogen, Fabi. Kakao hast du gezogen? Jo. Und ein Gratis Goldset mit dabei. Ey, es gibt 5.000er Coins Karten, ne? Du weinst schon, wie viel Kakao wert ist, oder? Ne. 89er? Ja. 44.000. 3, 4, 2, 1. Aber sag mal so, er hat schon jetzt mehr ausgegeben als die 44.000. Noch nicht viel mehr, Fabi. Nein. Nein? Dann bist du ein langsamer Tipper, also ich habe jetzt hier schon über 100.000 ausgegeben. Ich habe jetzt noch 185.000, mit 240.000 habe ich angefangen. Herzlichen, herzlichen vor zwei Wochen gezogen, Herzlichen. Ja, Messi. Messi bringt mir Elia. Den Bremer, den Elia. Zwei Modifikationen, mal gucken, was wir dabei haben. Erstmal speichern wir uns den Trainer hier. Eine 4-2-3-1, eine 4-2-3-1, eine 4-3-1-2. Nehmen wir mit, nehmen wir mit dir. Gibst du mir den? Team of the Season. Gibst du mir den? Nö, hab ich jetzt schon auf den Tauschdabel getan. Also gelistet, sozusagen. So teuer ist der doch nicht. Sisoko. Oder? Ich hab überhaupt was gegeben. Xandau. Da hätte jetzt ruhig mal Ibrahimovic stehen können. 4-3-2-1-Manager. Nehmen wir auch mal mit hier. Ibrahimovic, komm zu mir bitte. Jörn, hast du eben mitgekriegt, ich hab Marika gezogen. Ja, ich gehört. Utaka. Oh, der Name kam so schnell, den konnte ich gar nicht lesen. Ein seltener Silberspieler Rv mit 81 Tempo. Ja, den nehmen wir mal mit auf den Stapel drauf, den gucken wir uns gleich. Awesome. Erzgebirge, Aue-Trikots, hallo. Kenn ich alles gar nicht hier, maaaann. Dann wollen wir jetzt mal unser Gratis-Tet einlöser, das haben wir ja auch noch gar nicht hier. Das hast du vorhin schon eingelöst. Ich hab ein zweites, mit Falzau im Pack. Achso. Und da ist drin Romero. Nesta. Nesta. Und eine 5-2-2-1. Oh, fuck, 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 du wolltest nicht, du wolltest dich. Zack, 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 zack. 4-4-1-1, die Prüfung der Spiel. Das ist ausreichend. Schauen Sie doch mal in Kulu. Messi, 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 Messi im Pack. Pisch, check. Miguel Pourez oder so, Karl. Einer BVB-Schlampe, ey. Was will ich denn mit so jemandem hier? Miguel Lopez hier. 3-4-2-1, auf den Tauschstapel, Montepier-Wappen, neuer Ball, und 1.500 Münzen, ey, ey. Ei, ei, ei. Seltener Goldspieler erhalten, Iniesta, wow. Ja, das ist auch 50.000 wert. Hast ja ordentlich Glück, ne? Da hab ich schon mal ca. 100.000 raus. Ja, 100.000 hab ich schon mal raus. Was? Gewinnt, ne? Ne, raus wieder. Also ich hab das, was ich jetzt ausgegeben hab, wenn ich jetzt verkaufen würde, für 40.000 und für 50.000, ne? Dann wär ich plus. Rodriguez. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja hier ordentliche Team of the Season, Leute, ziehen. Genau. Ne, dann wär ich plus minus 0, wär ich dann. Joe Hart jetzt hier, komm. Seltener Goldspieler. Turan. Was will ich mit Turan? Da muss kommen ein TDW-Spieler erhalten. Und dann hoffen, dass es kein Team der Woche-Spieler ist, sondern ein Team of the Season. Hey, Fabi. Ja? Hatte ich auch selten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler im Pack. Nice. Turan, die nehmen wir mal mit hier. Noch ne 3. Spielst du im Anschluss nochmal, im Anschluss der Pack-Opening noch ein Spiel gegen mich? Nein, tut nicht. Ja, mit meinen Italienern. Also ich zumindest nicht. Warum nicht? Ich habe keine Zeit. Das ist eine Lüge. Nein, ich habe wirklich keine Zeit. Ich musste dann los. Ich habe mir jetzt Zeit genommen für das Pack-Opening, um hoffentlich hier noch irgendwann mal Erfolg zu haben. Aber es sieht nicht so aus. Und dann, ja, wird gegangen. Oh Mann, ich glaube, ich werde noch bis 500.000, bis zur 500.000 Grenze machen. Das sind das 63, nein, jetzt noch 60.000 Münzen. Und dann ist Schluss. Dann ist das Pack-Opening ohne ein Erfolg zu Ende gegangen. Das wollen wir natürlich nicht. Also wünscht mir Glück, dass hier noch was kommt. Kann ja nicht wahr sein, ey. Okay, man kann nicht immer so viel Glück haben die letzte Woche, äh, vor zwei Wochen. Aber, zwei Trainer in einem Pack, Mensch. ZM zu ZOM, habe ich zwei Stück von jetzt. Mann, 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 ich habe ja nicht mal meinen Tauschstapel voll, geschweige denn mein Verbrauchsobjektstapel. Ist ja gar nichts hier. Habe ich 19 und 7, also nicht viel drin. Dante, Spieler aus Lieblingsvereinen halten. Juhu. Aber leider nicht Team of the Season. Voronien, Voronien, also ich bitte euch. Team of the Season, Team of the Season. Wo seid ihr denn? Wird eine 4, 3, 1, 2. Ihr wollt doch zu mir. Mensch, das hat sich die Gastrikot, Interhelm-Trikot. Wollt zu mir. Fabi, hör mal auf zu singen. Die wollen alle gleich nicht mehr weitergucken, wenn du weiter singst. Ach, klar, klar, klar. Die sind das doch schon alle gewöhnt. Ja, aber beim Dings letztes Mal, beim Livestream, habe ich dir den erzählt von deinem Karo-Kontest. Da wolltest du auf einmal nicht mehr singen. Tja. Muss halt immer die Stimmung dazu da sein, ne? Klose ist wahrscheinlich auch nichts wert. Den nehme ich gar nicht erst mit den Punkt. Stoße ich gleich ab. So bereist, wie ich bin. Ich bin auf solche Algen Klose, habe ich gerade gespielt. Beim Ultimate Team. Aha, aha. So, nach drei Packs oder so. Aber kein Tor. Dempsey. Dam. Louis Fabiano. Lieber doch Auberbitt hier. Ich habe den Trap gezogen. Oh, ich soll nicht mehr Team of the Season. Mensch, Mensch. Ich hab nicht mehr Team of the Season. Der Sanktis. Ne. Irgendwie kein Glück heute. Ich weiß nicht, wieso. 4-5-1-Karte nochmal. Die nehmen wir natürlich mit. Ich brauche keine ZDM-ZM-Karte, die ich theoretisch brauchen würde. Was hast du? Was brauchst du? ZDM-ZM. Für meine... Hab ich, glaube ich, heute verkauft. Martínez. Hab ich, glaube ich, heute verkauft. Tja. Wenn ich nur eine kriege, sag ich dir Bescheid. Das Leben ist hart, ne? Joe Hart. Begegnung. Oh, 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 oh. Eremenko. Ich habe ein paar Karten. Schon wieder den Stoff vor uns erst. Mal, die waren alle zu mir. Danach Mirala 4-1-2-Aufstellung. Mit 1,2-1-2, das sind 12.000 für Mirala. Also auch davon eine Modifikation eben gezogen, aber die wird nicht so. Äh, Modifikation sind immer so. Scheiße, ich habe mich. für bei der 500.000 Grenzer, aber ich will noch nicht aufhören. Wiss der wenig gezogen hat, nein. Den Pace Wein. Was? Den Pace Wein. Ach so. Ach so. Die Masse so super. Ich glaube, wir haben auch nicht klar. Ein bisschen mit der Weggehen. Ach, ich habe jetzt diese Origin. Ich habe jetzt diese Origin. Ja, ne? Gibt es irgendwas neu? Ich weiß, was kann man damit machen? Origin. helfen, dir eine Leistung zu verfolgen, einen Fortschritt einzuschufen, während du drei der beliebtesten Ja, ich spiele das Spiel. 2, 3, Mass Effect 3 und 3, Space 3. Was, mit FIFA? Alter, blöd. Ich habe Cesar gezogen, ein Innenverteidiger mit 33 Tempo. Ist das nicht top? Hm, ganz okay. Also, ich würde ihn einbringen, wenn ich könnte. Mann, ich kriege nix hier. Nix kriege ich. Wofür sind die dann da? Witter dummes Geld, ey, hier rausgeschmissen. Ani-Ta. Ani-Ta-Li-Da-Du. Sha-Li-La-Da-Du. La 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 Lelle. Special Pack? Nee, ne? Schade. Meine Theorie, es wahrscheinlich direkt 19 Uhr zu machen, geht doch nicht auf. Das war anscheinend bei der Bundesliga einfach so. Da haben sie, sie bestimmt, bestimmt geben sie den Leuten. Wovon? Ja, hättest du mal vor einer Stunde ziehen müssen. Ich hab ne gestern gekauft für meine Italiener. Und das Wembley-Stadion. Hättest du vor einer Stunde gezogen oder die ganze letzte Woche irgendwann mal. Dann hättest du viel rausbekommen. Sehr viel gehe ich weiter. Ich weiß es, ich habe da bei den Preisen leider Gottes selber gekostet auf eine Million. Ja, Zäcker. Scheiße. Oh, das sagt man natürlich nicht. Das ist der hier unter uns. Keiner schaut zu. Platt viel. Nein, ich will doch nur einen blauen Spieler. Jetzt kann ich wieder vergessen, mir den Lahn zu kaufen. Super, die Sucht hat wieder gesiegt. Na. Ich schwöre, aber meine Fans noch nicht enttäuschen. Da muss ein blauer Spieler her. Saliovic. Da hätte auch Ibrahimovic stehen können. Ibrahimovic. Messi, Messi bringt mir jetzt Glück. Statt schon, dass er gezogen. Ob-Borna, den habe ich auch gestern gekauft für meine Italiener. Vielleicht mal mehr ziehen. Was brauchst du zu ZDM, zu ZM, ne? Ja, aber brauchst du mir jetzt nicht geben. Ich habe es genau andersrum gekauft. Äh, gekauft, getroffen. Ja, gekauft, das ist ja doch irgendwie. Ja, in dem Sinne schon, ne? Oh, Mann, ey. Kann doch nicht war sein hier. Sacko. Also mein Tauschstapel ist voll mit Formationskarten. Ich habe noch 80.000... Oh, Verbrauchsobjekte ist genug Platz. Patrick! Jo, habe ich was auch gezogen. Jetzt habe ich zweimal nacheinander die PSG Gastrikots gezogen. Mann, ich finde ja nicht mal unten irgendwie, ja, seltene Goldspieler halten oder hier, keine Ahnung, TDW-Spieler halten oder so. Kommt ja gar nichts. Ich auch nicht. Nicht mal seltene Goldspieler. Lade, man kann den Dante-Song jetzt kaufen. Kaufen? Ja. Und wer die, das, was dadurch verliehen wird, geht an die Flutopfer. Lol, nice. Huddlestones. Also mussten kaufen werden. Genau, du musst mich hier unterstützen. Ich bin voll das Flutopfer. Ja, ich bin wirklich froh, dass es bei uns dann nicht solche Ausmaße genommen hat, ey. Das wäre ja... Tut mir leid für die ganzen anderen Städte, wo es so schlecht ist. Wo es so schlecht geht. Ambarat! Leute. Jetzt mal eine, eine Runde Glück bitte hier an mich. Nein, an mich jetzt. Ne, ne, an mich. Weil ich hab nur noch 62.000 und jetzt geht's ab hier und jetzt kommt... DGA, oh mein Gott. Lol, ey. Die Natale, jetzt zieh ich ihn. Ich hab mir gestern gekauft. Jetzt hauen sie die hier alle raus. Na jetzt, wo sie nicht mehr Team of the Season sind. Mann, 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 Mann. Super Sache. Die Natale sind noch 12.000. Wow, 12.000, das ist nicht mal... Das ist ein Pack. Jo, Hart, es dauert wieder länger, es dauert 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 immer noch als Albares. Ich hab gerade Eiscreme. Ne, Eicreme. Lol. ZM zu ZDM. Ne, ist auch falsch. Weiß ich. Mhmm. 500 Münzen. Oh, Mann, 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 Mann. Joe Hart! Go! Benzema, Mann! Kann er nicht wahr sein? Ist er auch Franzose? Warum kann der nicht hier einfach mal im Ligue homemade Team of the Season sein? ZM zu MS? Okay, das wird wohl heute nix mehr. So nach 20 Minuten müssen wir wohl dann doch mal einstehen, äh, eingestehen. Das League-en-Team-of-the-Season wollte uns nicht. Piquet habe ich jetzt noch gezogen. Benzema ist ein Franzose, er bringt mir jetzt Glück. Den habe ich gerade gezogen. Bieler aus Lieblingsverein gezogen, äh, erhalten. Und es ist der Hiedelbrand. Mann, 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 Mann. Gewinnt Meisterschaft. Spiele aus Lieblingsverein erhalten. Oh. Yeah, wuuu. Hauberie. Yeah, wuuu. Hauberie. Nee, Stoke. Starke. Wird er nächstes Jahr auch noch bei uns spielen? Cristian Dello. Berbadoff. Ich ziehe auch so lange, bis Marvin sein Geld leer ist. Ich bin jetzt fertig. Okay. Gut für mein Geldstapel. Wir gehen wie Meisterschaft. Carol. Es will aber auch nicht aufploppen, ne, das Team der Woche erhalten, klar. Es will einfach nicht. Es will einfach... Nee. Douglas. Soll ich mal den Nose... Nose... Nose ziehen? Dingsbuchstaben. Wir holen die Meisterschaft. Was das Sepp so gemacht hat, versuche ich jetzt mal. Ich jetzt auch, pass auf. Versuch mit der Nase, ein Pack zu ziehen. Okay, jetzt warte, wenn ich das hier wegtaue. Oh, schon mal einmal gefällt. So, okay. Und... Und... Oh, meine Nase ist auch hier jetzt. Und? Drüber. A. Kältst du im... Oh mein Gott. A. Hoch. A. Versuch es nicht. Scheinsteiger! 100.000, ey. Ist das so viel wert? Ja. Weiß, was es bitter gewesen wäre? Wenn mein Tauschtabel voll gewesen wäre. Weil ich hab dir schon mein Ziel. In meinem Verein. Und Pokal auch. Oh, Pokal auch. Ach, Schavin. Okay, ich mach jetzt auch mal den Nose. Vielleicht hilft's ja. Vielleicht krieg ich ja noch ein Ribéry. Eins hab ich noch. Okay, nochmal. Mal mit der Nose. Genauso wie gerade. Ich hab auch gerade. Rechts. A. Ranero. A. Hoch. Marvin, mach du mal mit dem C. Ich hab grad das letzte gezogen. Thiago Silva. Nein, Thiago war's. So, und jetzt nochmal zum Abschluss für die Schalker Fans, die auch immer Trier gewinnt. Ich hab vorbehalten eine kleine Lied für euch. Wir gewinnen die Meisterschaft. Wir gewinnen die Champions League. Und Pokal auch. Und Pokal auch. Das war's schon. Ja, ich hab' ausgemacht. Ich will dich die ganze Zeit anlassen. Wir gewinnen die Meisterschaft. Und den Pokal. Ihr könnt ihn natürlich auch nochmal lachen, Mann. Oh, Gott. Oh, den Feuer. Mein Kanal. Aaaaaah. Sonst ist einfach der Beste, ey. So, letztes Pack für mich, weil bei mir alles voll ist. Ein Buffon, ein Passau, ein Ramirez und ein Unmester. Letztes Pack, Nose, Tap, Tap, Nose, oh, Tap, Tap, Nose, Tap, und. Oh, schade. Hätte ja klappen können. Begovic. Nun gut, ja, Pack Opening, so wie fast jedes Mal, ohne irgendwelche Erfolge. Schweinsteiger gezogen, ist wenigstens ein kleines Trostpflaster, aber ich habe, glaube ich, 300.000 ausgegeben. Ich 250.000. Und habe 100, keine Ahnung, 120, 130.000 wieder rausgeholt. Ja, leider nichts geworden, aber... Jörn, was hast du gesagt, was kriegen wir für Fassau? Wir, Falcao, wir blicken weiterhin positiv in die Zukunft, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Denn dann kommt wahrscheinlich das BBVA-Team of the Season. Und da werden wir nochmal zuschlagen, zumindest ist, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Auf jeden Fall. Bis dahin, Tschüss. Wir verabschieden uns, ich verabschiede mich und Marvin verabschiedet sich. Und Strikey verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.